In der Bibliothek gibt es doch nur Bücher, oder? Was wir sonst noch so zu bieten haben, zeige ich Ihnen jetzt. Hierfür zeige ich Ihnen die Homepage der Bibliothek der TU. Ich zeige Ihnen, wie Sie ein Buch finden können, sowohl online als auch vor Ort, wie Sie auf ein E-Book zugreifen können, die verschiedenen Funktionen Ihres Bibliotheks-Accounts und auch weitere Suchmöglichkeiten, wenn Sie bei uns nicht fündig werden. Einer der Services, die die Zentralbibliothek bietet, ist das CopyCenter im ersten Stock. Dort können Sie kostenlos scannen und kopieren für 5 Cent pro Seite. Scannen und kopieren ist in fast allen Bibliotheken auf dem Campus Charlottenburg möglich. Für TU-Angehörige gibt es auch noch die Möglichkeit eines Scan-Auftrags. Das bedeutet, dass Sie in Primo einen Auftrag abschicken, das Sie von einem Buch, ein bestimmtes Kapitel oder von einer Zeitschrift, einen bestimmten Zeitschriftenartikel, gescannt haben wollen. Dies ist völlig kostenlos. Dabei müssen wir natürlich das Urheberrecht beachten. Soll heißen, wir können Ihnen nicht einfach ein gesamtes Buch scannen. Abgesehen davon gibt es auch noch die Fernleihe, die derzeit für TU- und UDK-Studierende kostenlos ist. Bei der Fernleihe können Sie Bücher aus anderen Bibliotheken, die sich nicht in unserem Bestand befinden, kostenlos bestellen und diese dann bei uns in der Zentralbibliothek einsehen oder auch ausleihen. Dafür sollten Sie aber immer ein paar Wochen einplanen, da eine Fernleihe per Post ein bisschen dauert. Außerdem haben Sie auch die Möglichkeit, über VPN oder vor Ort in der Bibliothek auf unsere Online-Ressourcen zuzugreifen. Dies sind zum Beispiel E-Books oder E-Journals, die die Bibliothek lizenziert hat, damit Sie als TU-Studierende oder als Bibliotheksnutzer darauf zugreifen können. Auf Online-Ressourcen zugreifen können Sie in der Bibliothek an den Computerarbeitsplätzen. Außerdem können Sie mit Ihrem eigenen Gerät auf Online-Ressourcen zugreifen, indem Sie sich über Edgeworm ins TU-Netz einloggen. Zu guter Letzt können TU-Studierende auf unsere Online-Ressourcen auch von zu Hause aus zugreifen. Hierfür müssen Sie sich Cisco AnyConnect einrichten und sich dann mit dem VPN-Full-Tunnel verbinden. Außerdem gibt es auch noch das Shibuli-Anmeldeverfahren. Mit diesem authentifizieren Sie sich bei Web-Anwendungen, dass Sie das Recht haben, auf deren Ressourcen zuzugreifen. Ein Beispiel, wie Sie auf Online-Ressourcen zugreifen können, zeige ich Ihnen gleich live. Nun wechseln wir zur Startseite der TU-Universitätsbibliothek. Aktuelle Informationen zur Bibliothek finden Sie immer unter Aktuelles, Aktuelle Services oder News. Außerdem zum Finden von Informationen auf unserer Webseite gibt es auch das A-Z. Hier können Sie alle Informationen zu bestimmten Themen finden, indem Sie nach dem passenden Stichwort suchen. Zum Beispiel das Stichwort Online-Ressourcen. Hier finden Sie alle relevanten Informationen darüber, wie Sie auf die Online-Ressourcen der TU zugreifen können. Wenn wir auf die Startseite zurückkehren, finden Sie rechts immer alle aktuellen Kurse und Veranstaltungen angezeigt. Teilweise sind diese Veranstaltungen mit oder ohne Anmeldung. Weiter unten wiederum finden Sie auch noch unsere Öffnungszeiten, unsere Kontaktdaten und alle anderen wichtigen Informationen zur Zentralbibliothek. Außerdem gibt es auf unserer Webseite einen Chat. Der Chat wird Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr von BibliotheksmitarbeiterInnen besetzt. Zögern Sie also nicht, uns Fragen zu stellen, wenn Sie nicht weiterkommen. Außerdem können Sie hier direkt auf der Startseite Ihre Suche in Primo starten. Als Beispiel suchen wir jetzt mal nach dem Titel Strömungsmaschinen von Karl Fleiderer in der 7. Auflage als E-Book. In diesem Fall reicht es, das eine Wort aus dem Titel anzugeben, um bereits den passenden Treffer zu finden. Auf der rechten Seite in Primo haben Sie immer verschiedene Filtermöglichkeiten. Zum Beispiel können Sie angeben, welche Art von Publikationsform Sie finden wollen, zum Beispiel nur Bücher oder nur Artikel. Sie können angeben, an welchem Standort sich das Buch befinden sollte oder auch in welcher Sprache es sein sollte. Schauen Sie also immer, wenn Sie bei einer Suche nicht weiterkommen, ob vielleicht die Filter Ihnen helfen können. Von diesem Titel haben wir 7 Ausgaben. Wenn wir uns diese Ausgaben jetzt alle mal genauer ansehen, dann ist das oberste Ergebnis bereits das, nach dem wir gesucht haben, nämlich das E-Book in der 7. Auflage. Wenn ich mir das jetzt genauer anschauen will, klicke ich mal auf den Titel. Da es sich um ein E-Book handelt, habe ich hier Informationen zum Online-Zugang. Ich bin derzeit mit dem Full VPN verbunden. Deshalb kann ich, wenn ich auf diesen Link klicke, der mich zum Volltext führt, direkt auf das E-Book zugreifen. In diesem Fall gehört es zum Springer Verlag und ich kann entweder das PDF des gesamten Buchs downloaden oder ich kann mir einzelne Kapitel aussuchen, die für mich relevant sind. Als TU-Studierende haben Sie auch die Möglichkeit, über Chibolet auf diese Online-Ressource zuzugreifen. Hierfür können Sie einfach den Login-Button suchen und dann sagen, dass Sie durch Ihre Institution darauf zugreifen möchten. Hier müssen Sie jetzt die Technische Universität Berlin als Ihre Institution angeben. Da haben wir das richtige Ergebnis. Und jetzt werde ich weitergeleitet zur Chiboli-Login-Seite, wo ich mich mit meinem TU-Account einloggen kann und danach auch auf die Online-Ressource zugreifen kann. Jetzt gehe ich erstmal zurück zu unserer Ergebnisliste. Wir haben dieses Buch nicht nur als E-Book, sondern auch als physisches Buch. Wenn ich mir das genauer anschaue, sehe ich, es werden mir mehrere Standorte angezeigt, wo ich es finden kann. In der Zentralbibliothek gibt es das Buch einmal im Erdgeschoss in der Lehrbuch-Sammlung und in der zweiten Etage. Um nun das Buch auch wirklich vor Ort finden zu können, benötigen Sie die Signatur. Diese finden Sie hinter dem Standort angezeigt. Als Hilfsmittel gibt es auch noch den Button, wo finde ich das? Dieser leitet Sie weiter zu einem Lageplan des Flurs, auf dem sich das Buch befindet, und gelb markiert sind die Regalreihen, in denen es sich befinden sollte. Hiermit sollte es also kein Problem sein, ein bestimmtes Buch auch vor Ort zu finden. Und falls Sie doch mal Hilfe brauchen, zögern Sie nie, uns an der Information anzusprechen. Von diesem Titel haben wir jetzt auch noch weitere Ausgaben. Ich sortiere jetzt mal nach Älteste. Die älteste Ausgabe von dem Titel, die wir besitzen, ist von 1952. Wenn ich mir hier die Details anschaue, sehe ich auch, es ist auch ein physischer Standort und hier steht, Magazin, bitte bestellen. Dies bedeutet, dass sich das Buch im geschlossenen Teil der Bibliothek, nämlich im Magazin, befindet. Dieses ist nicht frei zugänglich. Um auf dieses Buch zuzugreifen, müssen Sie es zunächst bestellen. Dies können Sie tun, indem Sie sich hier mit Ihrem TU-Account anmelden. Sie wählen dann Anmelden für TU-Studierende aus, aber ich wähle Anmelden für TU-Beschäftigte. Nun, da Sie eingeloggt sind, wird Ihnen der Button Bestellen angeboten. Nachdem Sie hier eine Bestellung ausgelöst haben, wird das Buch für Sie bereitgestellt und Sie werden per E-Mail informiert, sobald es bereit liegt. Außerdem wird Ihnen hier die Option, einen Scan des Buchs zu bestellen, angeboten, da Sie eingeloggt sind. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es nur möglich, einzelne Seiten oder Kapitel zu scannen und nicht ein gesamtes Buch. Außerdem gibt es noch weitere Services, die Sie jetzt nutzen können, da Sie eingeloggt sind. In Ihrem Konto finden Sie, unter Persönliches Konto, alle Informationen, unter anderem zu den Büchern, die Sie derzeit ausgeliehen haben und hier können Sie sie auch verlängern. Bücher in der Zentralbiethek werden immer für 28 Tage verlängert und können bis zu 180 Tage ausgeliehen sein, solange niemand anderes diese Bücher bestellt. Außerdem haben Sie unter Bestellungen auch die Möglichkeit, Ihre derzeit aktiven Bestellungen und deren Bearbeitungsstatus einzusehen. Nun kehre ich zu unserer Recherche zurück und suche nach einem neuen Titel. Ich möchte nämlich den Titel, wie man mit einem Schokoriegel die Lichtgeschwindigkeit misst und andere nützliche Experimente für den Hausgebrauch finden. Wiederum reicht es, ein, zwei Worte aus dem Titel einzugeben. Die Bereichspolitik Physik besitzt zwar dieses Buch, aber es ist leider derzeit nicht verfügbar. In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, unterhalb der Ergebnisliste Ihre Suche fortzuführen, zum Beispiel in der Region. Nun befinden wir uns im KBV, dem Kooperativen Bibliotheksverbund von Berlin und Brandenburg. Dies ist ein gemeinsamer Katalog von fast allen Berliner und Brandenburger Bibliotheken, sowohl wissenschaftliche als auch öffentliche. Wie Sie sehen, wurde unsere Suchanfrage bereits übernommen und wenn ich jetzt runterscrolle, wird mir angezeigt, in welchen Bibliotheken das Buch gerade verfügbar ist. Hier sehen wir zum Beispiel, dass es das Buch auch in den öffentlichen Bibliotheken gibt. Wenn wir auf Verfügbarkeit gehen, wird uns genauer angezeigt, in welchen Bibliotheken es verfügbar ist. Nun können Sie sich zu einer dieser Bibliotheken begeben und das Buch dort einsehen. Oder wenn die Bibliothek zu weit entfernt ist, können Sie auch hier im KBV eine Fernleihe auslösen, damit das Buch dann zur TU Zentralbibliothek geschickt wird. Achtung, es ist leider nicht möglich, E-Books auf dieser Art zu erhalten. Diese können Sie nur einsehen, wenn Sie sich in der jeweiligen Bibliothek befinden und einen Bibliotheksausweis für die Bibliothek besitzen. Wenn Sie hierzu weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren oder vor Ort an den Informationstheken nachzufragen. Viel Erfolg! Bitte zögern Sie nie, uns bei Fragen oder Problemen anzusprechen in der Bibliothek oder durch unsere Online-Kontaktmöglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und viel Erfolg im Studium! 2 3 3 4 W